Hi Leute, hier ist der Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach. Ich freue mich natürlich, dass in meiner Heimat, dem kleinen Saarland, wieder solch ein großes U14-Turnier stattfindet mit Mannschaften wie Bayern, Dortmund, Schalke, Istanbul oder Vorjahressieger Benfica Lissabon. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß, gebt Gas und viel Erfolg.